Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Dead Art. Ich muss einmal ganz geschwind... Moment. Es tut mir sehr leid, ich muss die Gardine wegschieben, sonst sehe ich hier einfach nichts, wenn es draußen so hell ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Dead Art. Ist meine erste Folge heute, meine erste Runde, mein erstes Spiel mit dem Killer. Mal gucken, wie das laufen wird. Hallo, Mäuschen. Tagchen auch. Na? Ich glaube, es möchte aufgehangen werden. Dann nehmen wir uns doch mal direkt mit. Ja, ich habe Bock auf Anna. Ich habe Lust auf Anna und ich hoffe, dass die Runden heute doch ein bisschen anders werden als im Stream. Naja, eine kleine Katastrophe, ne? Seien wir mal ehrlich. Okay. Vielleicht war es auch eine große Katastrophe. Vielleicht war es auch eine sehr große Katastrophe. Wer weiß das schon? Das war vielleicht auch eine sehr große Katastrophe. Das war eine sehr, sehr große Katastrophe. Verarscht, mein Freund. Verarscht, mein Freund. Verarscht, mein Freund. So, komm her. Mäuschen. Mäuschen, Mäuschen. Scheiße, ich dachte, er würde nach links gehen. Ist er aber nicht. Ach, komm. Komm her. Ich, äh... Hallo, ich möchte nicht gegen die... Kiste knallen. Oh, das war schlecht. Das war schlecht von mir. Das war ein bisschen besser. Na, Süße. Hallo. 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 So, ich muss aber zurück zu ihm. Ist hier der Keller? Ja, hier ist der Keller. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil ist das denn? Wir haben hier den Keller. Guck mal, nur für dich. Du alti boy. So, wo sind die anderen? Dahinten wird einer geheilt. Und okay, 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 okay. Das sollten wir doch hinkriegen. Ich würde aber erstmal den Generator da oben kaputt machen wollen. Wenn es euch recht ist. Zack. So, und... Da waren sie. Also nicht hier, sondern da hinten. Ich mache die Generatoren einfach kaputt in der Hoffnung, äh... Dass es was bringt. Wo sind gerade zwei Generatoren? Ich mache zu weit nach rechts. Ich denke mir die ganze Zeit... Ich denke die ganze Zeit, dass, ähm... Dass die zu weit nach rechts gehen. Ich weiß auch nicht, warum. Das mache ich aber auch... Das habe ich früher nie so gemacht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt auf einmal mache. Also ich habe nie so weit nach rechts geworfen. Das wollte ich damit sagen. So, die machen oben den Generator wahrscheinlich weiter. Scheiße. 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 Scheiße! What? Wo ist der? Wo ist sie? Ich weiß nicht, was zum Fuck! Die habe ich gar nicht gesehen, die war mir mal weg! Oh mein Gott! So, komm her, Mäuschen! Wo ist der Typ? Ja, ich nehme sie lieber hoch, bevor sie noch unbeugsam hat. Ja, ist okay. Komm her! Oh oh! Einmal eine kleine Runde gemacht, ne? Warum auch nicht? Da hinten ist jemand. Ich werde den Generator da, glaube ich, verlieren, wenn ich jetzt hier hingehe. Hi, Süße! Kann doch nicht sein, so weit kann die doch gar nicht gelaufen sein. Die lackt so ein bisschen, die gute Amilata, ne? Was ist da los? Also, jetzt muss ich ganz schnell wieder zurück zum Generator. Wobei, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich probiere es einfach mal. Bieterschön! Also, andere wären jetzt da geblieben und hätten die 2 gesucht, was ich auch... Und zu dritt sind die dort, alles klar. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Man kann es ja probieren, ne? Man kann es ja probieren. So, ich habe es sogar noch geschafft! Aber ich glaube, es... Es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt hier weggehen. Wo sind sie? Wo seid ihr? Gut, andererseits darf ich mich natürlich auch nicht zu lange hier aufhalten. Ich muss das mit dem Werf noch ein bisschen üben. Ich habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit ganz oft die Nurse gespielt. Keine Ahnung. Wo sind die hier tatsächlich weg? Kann sein, dass die natürlich jetzt den Generator da hinten machen. Das ist ja der Warni weg. Der Warni weg. Der Warni weg, der Blackneck-Typ. Scheiße. Alles klar. Ich danke. Dankeschön dafür. Super. Dankeschön. Ja, herrlich. Komm, ich hänge mal hier auf. Das war mir klar. Dass sie das jetzt machen. So, hier ist der Ausgang. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen rumschwirren. Was soll ich machen? Oh, hier ist die Luke. Hier ist die Luke. Tut mir leid, hier ist der Ausgang. Was soll ich machen? Hier ist der Ausgang. Läuft bei mir. Nice. Das war geil. Geil. Das war jetzt ziemlich... Das hat jetzt ziemlich viel Spaß gemacht. Tatsächlich. Geil, 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 geil. Dass ich das geschafft habe überhaupt. Herrlich. So, die andere steht. Komm her. Mäuschen. Mäuschen. Scheiße, wo ist die denn hin? No. Die ist zum anderen Ausgang gelaufen wahrscheinlich. Ich glaube, der Dwight ist noch hier. Ich glaube, der Dwight ist noch hier. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass der Dwight noch hier ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der eine Wurf war geil. Der eine Wurf hat... Der war geil. Der hat richtig Spaß gemacht. Der war... Die zwei Würfe. Also... Man muss sich noch ein bisschen konzentrieren, ne? Also ich muss mich konzentrieren. So. Einmal kurz ruhig bleiben, konzentrieren, tief durchatmen und zack, raus damit. Mit dem Beil. Und dann passt das schon. Okay. Meine Hübschen, wo seid ihr? Wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, die gehen da nicht raus. Dass der Typ hier noch ist. Oh, jetzt ist wieder die Luke. Okay. Doch nicht. Hm. Warum geht er nicht raus? Warum geht er nicht raus? Geh mir doch nicht auf den Sack. Geh doch einfach bitte raus, Junge. Was zum Teufel? Der ist jetzt hier? Warum geht er nicht einfach raus? Oh. Was soll das? Meine Güte. Ich... Was? Was? Ich muss mal da ein Video herstellen, wo die die ganze Zeit am Ausgang sind. Und... Ja, komm her, Killer. Ich bin hier. Komm her. Guck mich nochmal an. Ich bin so wunderschön. Ich rieche so gut. Gut. Rieche an mir, bitte. Ja, verstehe ich einfach nicht. Ey, ohne Witz. Ich raffe es einfach nicht. Warum die nicht einfach rausgehen? Ach. Keine Ahnung. Das interessiert mich eigentlich das Profil von denen. So. Starten wir direkt in die nächste Runde. Die war jetzt nicht so optimal. Ist meine erste Runde. Okay. Aber die zwei Würfe bei der Mechwan-Guy, die haben gesessen. Die haben gesessen. Das macht dann, wenn sowas ist... Also wenn sowas passiert, dann macht das doch tatsächlich sehr viel Spaß. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. So, mit wem spielen wir denn hier? Ähm. Privat. Ja. Nehmen wir sie. War? Ähm. Ich mag meine Addons aber nicht so. Was habe ich denn hier noch? Pfff. Wollen wir mal die hier nehmen? Ach komm, warum eigentlich nicht? Können wir ja ein bisschen heute, ein bisschen... Du kannst dich ja ein bisschen ärgern jetzt. Nicht wahre? Ich gebe ein paar Punkte aus, weil ich jetzt gleich sowieso ein paar Punkte noch bekommen werde heute. Ach. Ike. Dich werde ich auf jeden Fall... Also die Fengming. Ist das eine Fengming? Eine Fengming. Die, äh, werde ich auf jeden Fall sehr lieb haben. Also wenn ich sie finde, dann, äh, werde ich wahrscheinlich... Also ich sage das immer so einfach, aber ich mache es dann im letzten Endes sowieso nicht. Äh, aber ich mag das nicht, wenn man letzten Moment, äh, den Survivor wechseln, um noch die Taschenlappe mitzunehmen. Also, äh, ich hätte die trotzdem im Spiel gelassen. Also wenn jetzt nicht alle vier eine Taschenlappe haben, dann ist alles in Ordnung. Aber das ist halt einfach so... Weiß ich nicht. Ist einfach so unnötig, finde ich. Muss doch nicht sein. Nimm die Taschenlappe mit. Und vielleicht hat er auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, aber trotzdem. Weiß ich nicht. Ich habe, ähm, von ein paar Streamern gesehen... Bzw. nicht gehört. Ja, gesehen, gehört, gelesen, so. Nee, gesehen habe ich das eher. Ähm, wenn die streamen oder, ähm, wenn ich die, äh, Videos mir einfach später nochmal anschaue, dass sie dann einfach lieben. Ich habe da keinen Bock drauf. Die lieben dann und, ähm, denen ist auch der Pip völlig egal. Mir ist der auch egal. Ich will eigentlich nur die Punkte haben. Ich will nur die Punkte haben. So, geile Map. Dankeschön. Oh, das wird lustig. Die Map ist wirklich... Die Map ist katastrophal mit der... Du hast so viele hohe, ähm... Hier. Diese Dinger. Ähm. Heuballen. Ich... Hier vor allem. Hier. Ja, pass auf, ich zeige es euch. Da. Da. Macht Spaß, hier zu spielen mit der Fengming. Ähm. Mit der Anna. Ich glaube, ich habe jetzt hier jemanden gehört. Wobei, den, ähm, Generator in der Scheune sollen sie ruhig machen. Der soll weg. Ich habe keinen Bock auf den. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist keiner. Oh, fuck. Ah. Hm. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich sie nicht bekommen habe. Das ärgert mich jetzt tatsächlich. Oh, herrlich, ah. Warum ist sie so schnell? Eventuell habe ich mich erschrocken. Komm her, Mäuschen. Mäuschen. Oh, Mann. Anna, du siehst sie doch. Warum kommt keine Musik? Oh, die geht in die Scheune. Die weiß ganz genau, wo sie hin muss. Ja, das wird jetzt nichts. Oh. 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 Wie gesagt, die Lab ist ein Haufen Kacke mit Anna. Ich kann die Beide gar nicht benutzen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem, wenn die in die Scheune laufen. Das ist Katastrophe. Will ich einfach nicht, äh. Lol. Aber dafür habe ich jetzt auch die falschen, ähm, Addons mit. Ja, was ist mit mir? Warum treffe ich den heute nicht? Oh, what the fuck? Geht doch. Halleluja. Das hat jetzt lange geglauert. Meine lieben Kinder. So, bitteschön. Hier war eine, ähm, Meg in der Nähe. Die ist ja jetzt bestimmt nicht weggegangen. Komm. Vielleicht ist die doch weggegangen. Ja, chill mal eine Runde. Ich geh ja schon. Eigentlich, ganz ehrlich, darf ich jetzt nur bei diesen drei Generatoren bleiben. Bei den drei. Ähm. Weil sonst kriege ich das nicht hin. Anna ist viel zu lahm dafür. Viel zu lahm. Ey, ich bin doch, ach man, ich bin da nach rechts gegangen. Da war übrigens eine Feng Mink. Warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Ach, Mädchen, ah. Ganz schlimm, die Map. Wirklich. Katastrophe. Die wird mich jetzt... Ich kann nichts machen. Ich muss... Alles klar. Ist in Ordnung. Nehme ich mit? So. Lass mich beruhen. Schade. Oh, fuck. Das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig, dass sie den Generator gemacht hat. Das ist scheiße. Was war das denn von mir? Okay, ich nehme erst mal die andere hoch. Da ist sie! Puh. Wird die heute nicht geholt? Oder wird jetzt erstmal ein Generator gemacht? Ne, sie wird geholt. Okay. Ja gut, wenn du mir entgegen... Wenn du mir entgegenläufst, Süße. Habe ich auch nichts dafür. Komm her, mein Engel. Ich habe keine Beine mehr. Da ist sie. Alter, warum ist sie so schnell? Oh mein Gott. Alter Schwede. Warum ist sie denn so schnell? Ich glaube, die hatte jetzt auf einmal Sprint Bruce. Kann das sein? Ich glaube schon. So. Nehmen wir dich mit. Ach, die brauchen nur noch... Ach, die brauchen zwei Generatoren. Oh, ich dachte, die brauchen nur noch einen Generator. Lol. Ich dachte die ganze Zeit, die brauchen nur noch einen Generator. Okay, dort muss ich hin. Dort, dort, dort. Alles klar. Und einer ist hier in der Nähe. Ja, ich darf mich nicht beirren lassen. Ist okay. Ich hoffe, die hat dafür Borrowtime eingesetzt. Hallo. Ich bin jetzt irgendwie froh, dass ich die Beine mitgenommen habe. Komm, wir bringen dich mal da hin. Ja, hab dich nicht so. Ist doch alles in Ordnung. Okay, sie ist tot. Wo sind die anderen? Da hinten hat einer... Äh, eine. Entschuldigung. Einer. Einer hat dort hinten ein Totem gemacht. Oh mein Gott. Ah, Leute. Es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig. Die Generatoren sind so weit voneinander entfernt. Da war noch eine... Da war noch eine, ähm... Na, wie heißt sie? Clodet war da noch. Da ist sie. Komm her, meine Hübsche. Ja, ich brauche hier gar nicht erst ein Ball ziehen. Das wird nämlich nicht funktionieren. Das ist so ein Scheiß, diese Map. Wirklich. Ich weiß, das sage ich jetzt sehr oft, aber es ist einfach so. So eine Dreckskacke. Da war eine... Da war eine Clodette. Lol. Alles klar. Schade. Du willst die Luke haben, oder was? Dann zeige ich dir mal, wie sehr du die Luke bekommst. Bitteschön. Oh, das geschieht dir so recht. Oh mein Gott, das geschieht dir so recht. Da ist die... Da ist die Mech. Scheiße. Scheiße. Oh, Scheiße. Es ist ein verrücktes Spiel. Oh, der Witz. Was ist das für eine Runde hier? Oh mein Gott. Oh mein fucking... Was zum Teufel. Ist das für eine Runde hier? Ich weiß, ich habe noch die Feng Ming. Ich such die jetzt auch sofort. Ich weiß nicht, ob sie schon zum Ausgang gekrabbelt ist. Da ist sie doch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Also ihr gönne ich das vor allem einfach deswegen, weil sie... Weil sie das Dingens gewechselt hat. Also den Charakter mit der Taschenlampe. Finde ich kacke. Lasst das einfach. Macht sowas nicht, meine Hübsche. Macht sowas nicht. Ja, die Dingens haben mir jetzt tatsächlich das Leben gerettet. Jetzt befreit die sich. Dann gebe ich dir die Luke. So nett bin ich ja. Die befreit sich doch nicht. Die Beile haben mir das Leben gerettet. Also ohne die Addons, ohne die One-Shot-Axt hätte ich es nicht geschafft. Das glaube ich nicht. Das hätte alles viel zu lange gedauert. Wobei ich auch geworfen habe, wie so ein besoffener Elch. Der etwas später vom Weihnachtsfest kam. Aber auch, ich finde, ich bin heute so ruhig. Ich weiß nicht warum. Tut mir leid, wenn ich heute nicht so viel geredet habe. Oder wenn ich mich jetzt gerade total konzentriert habe. Ich war irgendwie jetzt die ganze Zeit schon so konzentriert. Oh, oh. Party. Party. Ja, also die Map, ich finde die Map jetzt nicht schlimm. Aber mit Anna finde ich sie das schwierig. Weil du hier zum Beispiel, wenn die die ganze Zeit hier rumlaufen, um ohne Palette lupen. Das ist echt, echt anstrengend. Weil du nicht die Axt so schnell ziehen kannst. Außer du hast die Addons mit zum Beispiel auch Tüftler. Aber das würde dann tatsächlich, glaube ich, funktionieren. Wenn du schnell genug bist. Aber auch das wird sehr anstrengend. Deswegen, ja. Ich habe 20.000 Punkte. Ich habe auch nicht wirklich viele Punkte. Also, wie gesagt. Wobei, mit diesen Addons hat man sowieso nicht viele Punkte. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, wo ich ein bisschen mehr rede. Wieder. Bis dann. Tschüss.